so mein lieber jetzt geht's los ja wir sind live bist du ein bisschen aufgeregt nein nein gut das ist ungewöhnlich aber umso besser das zeigt zum einen dass du mir vertraust dass du Bock auf den stream hast und einiges zu erzählen hast das ist richtig das ist korrekt genau wir hatten ja von schon kurz ein bisschen gesprochen vielleicht so ein bisschen fahrplan festgelegt habe ja auch schon die der community gesagt dass es möglicherweise mehrere streams werden darum werden wir jetzt den ersten stream mal nutzen so wer bist du warum bist du hier und dann vielleicht doch ein bisschen das stream titel thema schon mal beackern let's go alles klar ich bin ich bin 32 jahre alt und komme ursprünglich aus hessen okay und ich habe bin so da rein gerutscht in diese chancex szene das heißt das heißt junk sex szene ist das erste mal jetzt okay genau und bin da so ein bisschen reingerutscht dann wurde ich halt mal gefragt ob ich vielleicht lust hätte habe schon erfahrungen gehabt mit access sie und soll so quasi angefangen und dann hat man es mal ausprobiert und ja und so ging das halt immer weiter das hat sich immer weiter gesteigert okay also du bist jetzt denke ich mir also wie ich das schon von den anderen gästen kenne du bist ja gerade durch monate und jahre in drei sätzen durchgerast ja mich interessieren details was mir im moment was mir aufgefallen ist du sagtest gerade du wurdest gefragt du wurdest gefragt um chem sex zu machen oder du wurdest gefragt um eine substanz zu nehmen und danach dann sex zu haben ich hatte die erfahrung schon gehabt aber dieses chem sex kannte ich nicht das war neu welche erfahrung hast du gehabt du musst uns bei dir muss uns ja abholen wir wissen nichts über dich ok ok detailliert wir wollen alles wissen das ist deine zeit okay alles klar also fangen wir am besten mal damit an was mich interessieren würde so ein bisschen an teaser mäßig vielleicht familiäres umfeld was hast du beruflich so gemacht schulabschluss so erstmal so paar soziale komponenten würde mich interessieren zu der zeit war es nichts besonderes ich habe eine ausbildung angefangen musste dieser abbrechen wegen körperlicher belastbarkeit und mobbing und das würde mich gleich mal interessieren was heißt körperlich belastbarkeit körperlich belastbarkeit heißt arbeitsunfall gehabt hat den arbeitgeber nicht interessiert ok und jetzt linke und rechte schulde kaputt scheiße wirst du bleibt im arbeitsunfall mal das interessiert mich was müsste mal 10 was da passiert ist und ich habe eine bohrmaschine gehabt und habe die falsch benutzt oder die ist stecken geblieben an stahl und ist die ganze linke schulter nach oben gekracht und dann hieß es ist doch nix ist doch nix macht doch weiter nein doch manchester kapitalismus methoden ja menschen als material genau und dann war das halt so dass ich halt sag ich mal von der fünften klasse bis hin bis zur ausbildung hin durchgehend gemacht wurde okay das sind wichtige das sind wichtige komponenten mein lieber da werden wir später noch drüber reden ja also das sind aber so überschriften die brauche ich jetzt erst mal um das ein bisschen einordnen zu können ja also ich nehme schon mal mit arbeitsunfall und arbeitgeber scheiß drauf schreibt peter genau und massive mobbing geschichten in der schule über jahre ich musste eins sagen ich habe meine diplomarbeit über mobbing geschrieben da hast du bei mir schon ein stein im brett sage ich mal als betroffener weiß was ich meine ja ich bin jemand der sehr sehr ernst nimmt okay also da haben wir schon mal ein bisschen ein einblick so in deine vergangenheit können wir später machen wir haben den genau wir wollen ja zum chem 6 kommen dann würde mich jetzt mal interessieren wann ging es wie mit drogen los wie war da die karriere zu diesem zeitpunkt war ich ungefähr 16 jahre alt zu welchem zeit und all arbeitsunfall ok so 16 17 und circa rum und dann wo ich dann quasi die ausbildung abgebrochen habe durch den aufhebungsvertrag habe ich mir immer da und da arbeit gesucht aber das ist dann bei meiner mutter nicht so gut gelaufen und wurde dann rausgeschmissen deine mutter hatte ich rausgeschmissen weil du hier und da mal gearbeitet hast das klingt komisch nein das hatte ich noch andere probate probleme gehabt mit schulden aufbau und so weiter und habe mich darum gekümmert habe quasi nur daheim gehockt habe nichts gemacht und dann ging es genau habe mich richtig gehen lassen hast viel gekifft sicherlich auch zu der zeit noch nicht da habe ich nichts gemacht den alkohol keine zigarten gar nichts naja was heißt gehen lassen du warst vielleicht auch depressiv durch die mobbing erfahrung durch diese ekelhafte geschichte auf arbeit also man hat dich irgendwo gebrochen kann man vielleicht auch so sehen oder ja genau und wenn du halt sowas hast wenn du halt immer wieder wohin gehst und hast sag ich mal du gehst dahin mit einem schlechten gefühl dann brauchst du irgendwie irgendeinen ausgleich und das war in diesem zeitpunkt am kaufsucht kaufsucht ja obwohl das ist genau aber ich habe eine gute bonität gehabt durch meine ausbildung und habe geld verdient haben kreditkarte gehabt und so weiter und so hat es dann ganz so angefangen dass ich schulden aufgebaut habe was hast du so geshoppt alles was ging was mir gefallen hat klamotten nicht klamotten elektronik sachen kleinigkeiten online sachen pc spiele computer sachen alles mögliche würdest du heute im rückblick sagen war eine art ablenkung und betäubung von den realitäten ich würde sagen das war eine andere droge wenn das zeug ankam war ich glücklich kurzzeitig ja genau es ist ja kaufen oder dieses dieses kaufsucht ding ist ja eine suchterkrankung und die biochemischen prozesse laufen daher ähnlich dopaminausschüttung glückshormone wenn das ankommt aber diesen halt sehr 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 kurze phasen ist das ja also gerade bei kaufsuchten so weiß ich dass da die belohnungsphasen sehr sehr kurz sind ja aber bei mir war es intensiv also wenn da was angekommen ist dann habe ich mich quasi gefreut wie ein kleines kind so viel kurspunkt war ich dann glücklich und das war halt auch so ein kleiner krieg sag ich mal ich werde gerade durch ein paar fragen hier schon mal zu lassen aber ich das passt gerade also peter fragt hast du eine privatinsolvenz gehabt hinter dir schon nee die muss doch machen okay das ist aber thema das ist thema das heißt die schulden sind ganz schön krass und die begleiten dich bis heute ich würde schätzen 100.000 200.000 euro echt durch die kaufsucht und jahrelang nichts machen ignorieren ist eine ansage okay gut okay es ist immer so dass man hier mit irgendwelchen stream titeln anfängt ich habe sechs und jetzt immer bei einer privatinsolvenz ja aber das das sind manchmal die sachen die interessieren mich fast mehr weißt du weil das ja weil das sind ja die brüche die es dazu gebracht haben letztendlich oder es ist wenn man sich halt von anfang an keine hilfe gesucht hat dann wird das halt immer mehr und du brauchst halt dieses dieses jeder mensch braucht es immer so so ein bisschen glück sag ich mal was so ein bisschen dopamin ausschüttet und das hat sich halt so krass gesteigert wie es im bild hat steht bist du heute noch kaufsüchtig sagst du aber kaufs ja leichtfertig wieso wie ist das weggegangen ich habe mich mit online marketing befasst und habe erfahren wie sich das ganze zusammensetzt oder warum wir zum kauf bewegt werden und ab diesem zeitpunkt war mir dann klar dass ich quasi so von diesen ganzen leuten die verkäufern einfach nur genutzt wurde umsatz zu generieren naja was hast du denn sonst gedacht gar nichts ich war wie soll ich sagen ich war wie eingefroren oder gefangen ich habe nicht selbstständig denken können ja du warst in einer art kokon ja genau also peter schreibt peter kennst du doch oder ja klar genau der schreibt ja gerade ganz viel im chat also macht die inso der kg das dann besser kann dir da helfen also er appelliert gerade an dich da die insolvenz zu machen kann ich jetzt nicht beurteilen ich wüsste nur gerade sagen okay wo machen wir jetzt weiter machen wir jetzt bei der insolvenz weiter oder bei chemsex entscheide du wir gehen jetzt in der arbeit machen ein bisschen weiter wie es dazu gekommen ist oder wie es zum ersten kontakt gekommen ist also dies oder ich frage mal anders ist chemsex ein problem für dich geworden es ist relevant aber nicht jetzt so dass ich mir denken muss wo mache ich das jetzt wo gehe ich hin und so weiter sondern ich habe jetzt nicht das gefühl ja ich muss es jetzt und jetzt machen aber es ist irgendwo zwanghaft okay bis heute bis heute dann beschreibt uns mal das heute in diesem thema chemsex ich würde lieber woanders hin ich würde lieber weiter erzählen und zwar das war halt so dass diese kaufsucht halt schon sehr sehr stark war meine mutter wollte halt mir helfen aber es ging halt nicht stimmt da waren wir stehen geblieben super danke genau okay sind getrennt und dann schon wieder raus geschmissen und aus hilflosigkeit aus hilflosigkeit aus hilflosigkeit schlimm für die frau by the way das ist sehr sehr schlimm ist eine sehr sehr gute frau ja in seinen eigenen sohn rausschmeißen zu müssen alter das ist eine ganz schöne ansage das muss ich dir mal sagen wenn man wenn man da nicht mehr weiter weiß ich will es nur mal bemerken aber mach weiter bin dabei genau okay und dort wo mein vater wohnt bin ich früher quasi aufgewachsen also ein bisschen aufgewachsen und das haben ein altes umfeld sozusagen das war damals so halb negativ eigentlich nur negativ umfeld kann man sagen warum mobbing ausnutzung falsche freunde und so weiter okay also nicht nur es ging jetzt nicht konkreten deines vaters haus sondern es ging um die ganze gegend dort mit schule und freundeskreis das war einfach scheiße genau und wurde ich da quasi wieder reingeschmissen habe mir arbeit gesucht habe auch nebenjob gehabt wie lange ist das alles her jetzt da war ich 18 ah ok also schon eine weile her ja schon eine weile her ok 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 gut ok weiter und dann war das halt so dann kam der erste kontakt und dann hat man sich wieder getroffen und dann hat er gefragt will sie mitkommen ein bisschen chillen sag ich so warum halt nicht und dann hat er halt damals getroffen das war zum spielplatz man war eher eine freundin das war eine alte kumpel von dir ja vom sehen der schule her man hat sich bekannt aber auch nicht wirklich befreundet ok ok und dann hat es da halt angefangen so mit dem ersten joint mit 18 ziemlich spät ja ziemlich spät ok also für heutige verhältnisse ja für heutige verhältnisse damals war das bei uns halt so drogen waren die ein thema in der schule oder so wir hatten damit keinen kontakt gehabt ja ging ja ähnlich noch also ich musste auch sagen also ich bin ja noch einiges älter als viele auf dem kanal und ich habe 96 mein abitur gemacht da waren drogen kein thema rauchen war schon krass weißt du ja gut weiter genau und dann war ich genau dann habe ich halt mit dem joint geraucht aber ich habe nichts gemerkt gar nichts berichten viele von dem ersten mal cannabis ja das haben wir noch ein paar mal wiederholt und ähm ja dann ging es halt so in die richtung komm lass mal chillen komm hol mal geld dann können wir was rauchen und so weiter und dann hat diese ausnutzung angefangen bitte nochmal dann hat diese ausnutzung angefangen dann wurde ich immer gefragt komm sind noch freunde kommen wir holen geld und ich war damals sehr sehr blauäugig also ich habe immer also ich habe nie so schlecht den menschen gedacht kann es sein dass du vielleicht durch diese furchtbaren mobbingerfahrungen letztendlich auch jemand warst der freundschaften gesucht hat und dadurch naiv war ein bisschen nein nicht wirklich ich habe keine freundschaften gesucht ich habe das nicht gekannt du kanntest freundschaften nicht ja aber ähm ich bin ähm wie sagt man ich muss überlegen wie der begriff heißt ich bin veranlagter autist kein ausgeprägter sondern veranlagter okay okay ich kenne das soziale nicht so okay gut gut dass du das sagst das ist wichtig also es gibt da einfach ähm ja verstehe ich im im sozialen miteinander sind für dich manche sachen sehr schwierig oder auch nicht möglich genau weil ich schon ich habe mir das alles herbeigebracht okay gut wir haben noch viel zu bereden ich merke das schon bleib jetzt erstmal in dem korridor spielplatz kiffen ausgenutzt genau mhm und dann ging das halt so dass ich halt ähm dadurch schon mal ein paar andere leute kennengelernt habe und ich habe das nicht gesehen dass die mich quasi nur ausgenutzt haben dann ging das so weit dass wir dann bei uns bei meinem vater waren wenn der nicht da war und haben halt da geraucht und so weiter also nur gekifft bis jetzt nur gekifft mhm so und dann ging das irgendwann so weit dass die mit zu mir gekommen sind und ähm sind hergegangen und wir haben geraucht und dann war ich müde und bin halt eingepennt und dann haben die noch mehr leute geholt in das haus von meinem vater und haben da party gemacht oh scheiße es ist aus dem Ruder gelaufen komplett komplett aus oh alter eine richtige abrissparty wo du nichts mehr unter kontrolle hattest ich lag oben im bett und hab geschlafen und mein vater sagt am nächsten tag warum die polizei da war und ich weiß wann nix was ist passiert was aber das kommt doch nicht noch vom kiffen ich weiß nicht also wenn ich schlafe ich schlafe wie ein stein ok ist auch ein geschenk gottes eigentlich ja kann man so oder so sehen ok ja also du hast gepennt und deine dudes haben dann mit irgendwelchen fremden leuten das haus fast abgerissen also die waren untereinander sehr gut befreundet und ich weiß sojenige derjenige quasi so das opfer zu dem können wir gehen das ist eh doch ein spaßdienst oh scheiße ok auf die art und weiter ja so und dann ging es so weit dass ich noch jemand anderes kennengelernt habe der hat das am anfang auch nur so ausgenutzt aber ne das sag ich gleich auf jeden fall ging es dann darum dass es hieß komm wir wollen mehr ecstasy das ist voll lustig das ist voll nice komm mach doch mit komm das ist doch lustig komm ich hole welchen holen wir das und so weiter und ich habe immer gesagt nein wir werden dann kiffen mehr möchte ich nicht mehr möchte ich nicht und irgendwann fühle ich doch ja gesagt mhm genau na ich bin bei dir ich hör dir zu genau dann war das halt so weit dass es halt damit irgendwann angefangen hat also dann hast du den den leuten geld gegeben und die sind losgegangen und haben ein paar pillen geholt nein die haben das selber geholt aber sie was ich jetzt nicht so richtig verstehe sie hatten anscheinend ein sehr intensives bedürfnis dich zu überreden das auch zu nehmen ja die wollten mich quasi darunter setzen und sich lustig machen das meinte ich es halt also die es war eine form von missbrauch ja genau sie wollten dich ähm vergiften mit einer droge um zu sehen wie du darauf reagierst wenn du nicht klarkommst sich über dich lustig zu machen genau das ist aber ganz schön krass alter was sind das für leute mein gott ist ja voll die asozialen tja mittlerweile ist es überall so mittlerweile wie moment mal wo lebst denn du also mittlerweile ist es überall so also meine leute die mich umgeben das sind nicht solche typen nein das habe ich so nicht gemeint ich meine in jeder stadt gibt solche leute solche assos also solche empathielosen typen die die leute einfach nur leiden sehen wollen ja genau die gibt es überall immer so ein bisschen verteilt wenn man genauer hinschaut sieht man es auch man muss halt bloß sehen wenn du halt mit drucken zu tun hast so dann weißt du davon einfach nichts aber wenn du zum beispiel weißt zum beispiel wie das ganze abläuft dann kannst du sagen oh der konsumiert David konsumiert die machen das und das und als normaler mensch gehst du durch die welt und siehst du auch sieht aber ganz schön aus hier wie würdest du diese wie würdest du diesen menschenschlag beschreiben was sind das für typen im endeffekt sind es auch nur menschen die machen das nicht einfach so sondern die haben auch sehr probleme und brauchen das selber um sich zu belustigen im endeffekt sind die menschen und nicht ich also das sind leute die sich naja klar also ich also das wenn man sowas macht zeigt das ja eigentlich ganz viel von der eigenen seele dass man halt ein ganz armes kleines würstchen ist der sich mit solchen ja fast schon strafbaren aktionen über andere hilflose menschen in dem moment überhöhen muss also es geht ja schon in richtung es ist ein missbrauch es ist auch eine fast schon eine form von sadismus finde ich ja und ja heftig heftig gut dann mach aber erstmal weiter also du bist ich sag's jetzt mal ganz salopp an solche typen geraten es ist waren also früher waren es halt schulkollegen wir waren zusammen in der schule ok scheiße ok und da war einer dabei der fand es halt nicht so lustig was die mit mir so vor hatten und gemacht haben und dann kam der halt eines tags zu mir und hat mir das halt so alles erzählt dass ich damit was die halt vor hatten und gemacht haben was hatten sie vor was hatten sie gemacht zum beispiel ich wusste gar nicht dass die das ganze zeit gemacht haben oder mit absicht gemacht haben ähm und dass die mir halt hartere sachen geben wollten und er fand's halt nicht lustig der eine kollege und ähm ich hab dann mit dem angefangen aber auf freiwilliger basis exzessive zu nehmen und dadurch ist eine sehr sehr gute freundschaft entstanden mhm das sah ein bisschen paradox an aber ne finde ich nicht weil äh letztendlich er hatte den Arsch unter Hose sich gegen die Gruppe zu stellen und dir das zu sagen und das braucht schon Mut finde ich er hat sich da für dich entschieden in dem Moment ja genau und das ist das findet man nicht so oft und das ja und das kann natürlich eine ziemliche Verbindung auch schaffen ja okay ich würde sagen es existiert auch eine extreme Verbindung geschaffen natürlich aber besteht die Verbindung auf Ecstasy dann auch in der Realität in der Intensität wir sind immer noch so stark befreundet okay das ist doch schön okay Chemsex Chemsex wir haben ja das Thema Chemsex also du hast mit dem Typen dann angefangen mit deinem Freund, Kollegen Ecstasy zu nehmen genau und das hat angefangen war jeder eine und das hat sich dann wiederholt dann haben wir noch 10 Gramm Gras geholt und dann hat jeder ich glaub auch nur eine genommen und ähm ja dann gab es einen riesen Fehler und zwar ich war angetrunken ich war high und wollte einen nehmen war aber so schon benebelt dass ich aus dem Sinn 2 genommen habe oh ok und das waren Teile mit 250 Milligramm MDMA also Brecher Brecher und ich war sowas, wo er es nicht gewohnt und ich wollte einfach die Hälfte nehmen und ja hab dann irgendwie, weil ich halt ähm schon zu gut dabei war zwei auf einmal genommen was ist dann passiert? ja was ist dann passiert? das ist eine gute Frage ich bin hergegangen hab mich hingelegt und hab Sachen gesehen ich hab von oben hab Häuser runterfliegen gesehen ich bin dann einfach rausgegangen wir haben da auch so einen Platz das war ich will nicht sagen wo das war aber ähm ziemlich düster wenn nachts bin ich dann hingegangen und hab den Tod gesehen wie er da gewartet hat ich hab Wesen gehört die mit mir gesprochen haben das klingt so als ob du das genossen hättest das war ein Horrortrip das war ein Horrortrip also weil du das grad so erzählst ja da hab ich das gesehen aber ich meine du hast den Tod gesehen und hast grad zwei fette Pillen intus also schön war das nicht oder? nein schön war das nicht und dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen und bin losgefahren da war ein stehendes Auto ich bin dreimal hintereinander gegen dasselbe stehende Auto gefahren oh scheiße warum? weil ich einfach zu voll war ich war gut dabei du musstest das tun also ich wollte woanders hinfahren aber es ging halt nicht also ich konnte nicht woanders hinfahren ach so du warst da überdosis überdosis sehr stark überdosiert wie lange hielt das so an? ein halbes Jahr ein halbes Jahr? ja ich weiß nicht was noch drin war es war auf jeden Fall mit irgendwas gepanscht ich kann nicht sagen was es war ich weiß es einfach nicht Moment mal du hast dich jetzt nicht versprochen nein ein halbes Jahr sechs Monate ja ich habe ein Stereotin-Syndrom gehabt dadurch mein komplettes Stereotin war weg und dadurch habe ich dann diesen Horrortriff weiter gehabt auch wie ich genau gekommen war war es dann quasi alles gleich also eine Art Psychose ja genau ich habe eine Psychose gehabt also eine drogeninduzierte Psychose durch überdosis ecstasy genau ok und da war es ok ok alter Falter also du bist nicht mehr rausgekommen du warst du bist hänggeblieben ja ich bin komplett hänggeblieben furchtbar das ist furchtbar es sind ja gerade schon so viele Themen hier mein Gott also ich würde fast den Stream ich denke ich werde den Stream auch nachher anders nennen weil mich interessiert natürlich jetzt einfach auch mal die drogeninduzierte Psychose dieses halbe Jahr erzähl doch darüber mal ja aber erstmal nach und nach ok gut 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 Entschuldigung ja dein dein Fahrplan genau ich bin dann quasi dann später wie die Session vorbei war bin ich nach Hause gefahren habe mit ihm noch geskypt mhm und auf einmal werde ich bewusstlos liege auf dem Boden und steig nach oben na tot Erfahrung bei meiner Mutter in dem Haus ja mein Kollege skript mit mir weiß nicht wo ich wohne weiß nicht wie er meine Mutter erreichen kann und Videocall ja Videocall und du bist in dem Videocall zusammengerutscht und dein Kollege saß am anderen Ende ja genau er hat gesehen ich wurde bewusstlos für eine halbe Stunde das ist wie im Film Wahnsinn und dann habe ich quasi gesehen wie ich selber nach oben gegangen bin ich würde mal sagen das war meine Seele und da war oben etwas ein weißer Mann ich weiß nicht ob es mein Opa war oder ob es etwas anderes war er hat mich angeschaut und ich bin zurück gegangen in den Körper wieder rein es war noch nicht deine Zeit es war noch nicht meine Zeit Wahnsinn Wahnsinn ja okay also das war eine Nahtoderfahrung das muss man ja so sagen ja eine ganz klassische Nahtoderfahrung und was es ist halt interessant also 99% der Leute die solche Nahtoderfahrungen gehabt haben beschreiben eben dieses schweben über dem eigenen Körper ja 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 ich bin ja auch sehr spirituell veranlagt also ja es war ganz klar also ich war noch mit dem Körper verbunden ich bin gerade nach oben gegangen aber entweder der Körper hat wieder angefangen zu atmen zu leben und hat mich zurück gezogen oder etwas anderes hat mich zurück geschickt oder ich habe noch etwas zu tun was noch nicht erfüllt ist und deswegen darf ich noch nicht gehen wir freuen uns drüber mein Lieber dass du noch unter uns bist ja wäre schlimm möchte ich jetzt einfach mal sagen weißt du wie ja mhm ja auf jeden Fall hat es dann angefangen dass ich zum Beispiel ich hatte früher so nie den Drang irgendwas so mit Männern zu machen mhm und es war die Zeit warte die Zeit nachdem es passiert ist bin ich wieder zu meiner Mutter gezogen mhm genau und dann ähm hat das so angefangen so die blauen Seiten mal schauen wie es so ist blaue Seiten habe ich schon mal auf diesem Kanal ja gehört ja ich will den Namen nicht nennen aber ja die meisten wissen wahrscheinlich welche Seite gemeint ist ne wieso willst du den Namen nicht nennen also ich kann schon nennen aber es ist halt Romeo genau den hatten wir also diese zwei Seiten diese zwei Namen habe ich bei Peter oft gehört und bei Lorenz wie hieß der denn der der war so ein Schweizer von einem Jahr haben wir ihn gestreamt hier Marco ja 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 ähm war auch gegen hoch um Chemsex ist sogar einer der Streams die ja richtig gut abgehen ähm ja der Schweizer der auch diese krasse Geschichte erzählt hat der da betäubt wurde aus einer Chemsex Party auch irre ja na ist ja erstmal weiter okay und dann hat man sich da halt ähm mit ein paar Leute betroffen und kann ich ja kann ich noch was fragen bitte ja klar bist du homosexuell nein nein okay nein aber blaue Seiten und Romeo erklär mir das ähm ja wie soll ich das erzählen also bei Existie zum Beispiel über Dosierung gibt es auch die Nebenwirkungen ähm dass du halt mit deiner Sexualität Probleme bekommst dass du halt ähm nicht mehr weißt was du willst was du nicht willst also das waren jetzt ich nenne es jetzt mal diese so diese sexuelle Verwirrung Desorientierung Verwirrung Desorientierung ist ja dasselbe eigentlich ja äh war der Existie Überdosis geschuldet genau wow heftig habe ich noch nie gehört krass okay okay und da und ja erzähl weiter genau und dann war das halt so da hat man ich habe halt damals das Problem mit den Frauen das kam nicht zustande oder keine Ahnung ich dachte vielleicht liegt es an mir vielleicht ist Frau nicht das Richtige so du hattest schon Beziehungen mit Frauen noch nie noch nie ich war mit nein okay hast du schon mal mit einer Frau geschlafen zu diesem Zeitpunkt noch nicht okay mhm ja und dann war das halt so dass ähm ich mich so mit ein paar Leuten getroffen habe und es hat mir an sich auch es war nicht abgeneigt muss ich sagen äh was heißt hier mit ein paar Leuten getroffen beschreib das doch mal bitte ja ähm halt sich getroffen mit Männern ja genau um Sex zu haben wie läuft das ab du Buddy ich weiß das nicht trifft man sich dann in einer Privatwohnung und wie läuft sowas ab ne man schreibt so wer online ist dann schreibst du ein bisschen und dann entweder kommt er zu dir oder du zu ihm und man trifft sich irgendwo mhm mhm okay also ganz niedrigschwellig ganz unverfangen genau und dann war ich mal bei jemandem der hat mich abgeholt wir sind zu ihm gefahren mhm und dann hat er mich mal gefragt wie das denn aussieht ob ich vielleicht auch ähm was nehmen würde oder schon Erfahrung damit habe ah damit es intensiver wird jetzt kommen wir in das Fahrwasser rein okay gut ja ich hör zu mhm mhm so und sagt ähm so ich hab schon was genommen aber halt nicht um Sex zu haben sondern einfach so und dann hat er mich mal gefragt ob ich da Lust drauf hätte ja worauf denn halt halt ecstasy nehmen und dabei Sex haben also es ging um ecstasy gut es ging um jam 6 genommen ecstasy ja gut ich kenn auch jam 6 auf Christian also ecstasy okay mhm ja genau und dann hab ich halt gesagt ich überleg's mir mal hab dann am Ende zugestimmt aber ich muss vorweg sagen es war niemals so gewesen dass ich überredet wurde ich wurde gefragt und ich hab immer selber entscheiden können ob ich das möchte oder nicht selbst wenn ich bei der Fässerung gewesen bin jetzt immer möchtest du es auch wirklich wenn du es nicht möchtest ist auch alles kein Problem also es war das genaue Gegenteil zu der sogenannten Freundesgruppe die dich da missbrauchen wollten mit den Drogen genau mhm also eigentlich eine positive Erfahrung ja es war positiv mhm und dann hat es halt angefangen dann haben wir halt erst eine halbe genommen ja nach einer Zeit die andere eine halbe und dann nochmal eine nachgelegt eine ganze eine ganze mhm und das waren auch starke also schwach waren es nicht das war aber immer noch in den Nachwirkungen deiner ecstasy Überdosis Zeit die war da schon vorbei die ecstasy Überdosis Zeit ich hab davon nur eine Pause gehabt hab dann seit diesem Zeitpunkt hab ich das wirklich mal angefasst und ähm hab naja hab mit den ganzen Leuten außer ein, zwei Leuten Kontakt abgebrochen und hab einfach für mich gelebt okay du hast jetzt also schon ein paar Monate übersprungen gerade ja genau okay gut na ist ja energitim ich will nur mal du merkst ich bin bei dir ja ich hör dir aktiv zu ja okay gut mhm ähm zeug halt kenne sondern es war immer positiv also es war nie wirklich bei mir dass es negativ war oder dass ich sagen müsste nein das war nicht gut und ähm ja also ich konnte aber nicht was falsches sagen und nach der Zeit also ungefähr eins zwei Monate später hab ich eine Frau kennengelernt mit wieviel Partnern hast du da schon sechs gehabt in dieser blauen Seitenphase wieviel waren das eine Menge 100 ein wenig gewesen würde ich sagen wow echt ja ist ja schon exzessiv oder ja also du hattest jeden Tag ein anderer ja also wenn man Lust hatte ich hab halt aufgemacht konnte mir raussuchen und war alles kein Problem für mich weil ich sah halt dementsprechend also für sag ich mal die Szene sehe ich halt dementsprechend sehr gut aus ja und war halt auch dementsprechend gut bestückt und von dem her konnte ich mir immer raussuchen wann und mit wem und äh entschuldige bitte wenn ich so naiv alles frage weil das sind alles für mich fremde Felder ja äh bist du dann immer der aktive Part gewesen oder wechselt sich das dann ab ich war meistens der aktive Part okay also so wurdest du auch sag ich mal gebucht nicht gebucht aber ähm ausgewählt zugesagt ja genau mhm 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 und das hat dich aber auch befriedigt ja das hat mich befriedigt und dann war es halt so dass ich eine Frau kennengelernt habe okay wie hast du die kennengelernt einfach so wie man halt eine Frau kennenlernt eine ganz wehre Sache das war damals die Ex-Freundin von einem alten Freund und die kam zu mir und habe ich es halt mit nach Hause genommen mhm ja und dann ging es da auch los und haben wir halt zusammen ins Heil geschmissen mhm und dann habe ich halt gemerkt dass es halt was ganz anderes ist und dass das halt eigentlich das ist was ich möchte und nicht das ist was ich davor gemacht habe also genau also jetzt auf ecstasy mit einer Frau war es das ideal wonach du eigentlich gesucht hattest genau das hat mir quasi gezeigt ich war quasi auf dem falschen Trichter ich bin komplett hetero okay aber gut hat man halt erstmal eine blaue Saiten-Romeo-Phase durchlebt ja ich finde das irgendwie ganz schön schräg aber auch echt witzig irgendwo ja ja genau würdest du sagen von dir du siehst gut aus ich würde sagen 9 von 10 oh okay also Model mäßig ist nicht Model aber ich bekomme sag ich mal wenn der Typ stimmt keine Absage und die Frau ähm bei Frauen meinst du ja ist unterschiedlich also Frauen sind da eher wählerisch also kommt auch drauf an was für ein Typ wenn der Typ halt passt dann ist es meistens kein Problem mhm okay 9 von 10 also machst du auch Sport und so bist du gut durchtrainiert ich bin halt nicht durchtrainiert aber ich bin halt athletisch gebaut ja so ein bisschen natürlich gebaut und bin halt fast 2 Meter groß 2 Meter groß fast so fast 2 Meter also du bist eine Erscheinung ich bin eine Erscheinung mich siehst du sofort okay okay gut verstehe ich nur mal so ein Bild zu bekommen weil man sieht sich ja auch nicht hier okay also Chemsex ich finde das Wort Chemsex ich finde das Wort Chemsex ja ein bisschen zu hart weil ich sag mal es ist ja also ich du hast Sex mit ähm ähm ja mit einer Frau gehabt mit einer Substanz und das war eigentlich das Ding was du suchtest aber sie war jetzt keine Freundin von dir das war so ein unverbindliches Techtelmechtel oder? das wurde dann durch halt ähm also durch das Sex auf Shams wurde es dann quasi in Anführungszeichen meine Freundin okay was dann ein Mord lang gehalten hat ja okay weil im Nachhinein hat sich herausgestellt dass das halt so eine war da wo es halt ging war es sie auch was heißt das? Moment was heißt das? das heißt sie wollte nach einer Woche direkt wieder und hab gesagt nein ich mach Pause solltest du am besten auch machen und war es in ein paar Tagen bei einem anderen Typen oh okay ja genau kannst du ja machen kannst du machen aber ohne mich mhm okay also sie war eigentlich Chemsex süchtig ne die war generell süchtig also die hat immer was gebraucht Alkohol oder irgendwas aber das hab ich damals nicht so auf dem Schirm gehabt und kannte es auch nicht also sie musste sich immer irgendwie betäuben wäre vielleicht auch mal ein guter Gast hier für den Stream ja naja okay so lass mich kurz überleben wo ich jetzt hinspringen naja also ich sag dir mal so ich geb dir mal eine Zeit durch ja wir haben noch 20 Minuten ah das ist dann optimal dann danach wo das halt auch wieder alles im Umfeld scheiße wurde bin ich umgezogen und hab eine Freundin gefunden mhm mal wieder einen Monat nein das ist aber feste Freundin gute Freundin okay hab ich immer noch oh mashallah okay sehr gut Glückwunsch ja und ähm dann sind wir halt umgezogen und ich war halt auch immer noch so ein bisschen auf blauen Seiten aber sie wusste davon sie hat dann kein Problem gehabt kein Problem gehabt kein Problem gehabt mhm so und dann wurde ich irgendwann von jemandem angeschrieben der hat mich gefragt ob ich 3mmc kenne und ob ich Slam würde oh jetzt kommen wir so langsam in ans Eingemachte genau okay und dann hab ich geschaut was ist 3mmc was ist Slam und dann hab ich ihn gefragt wie lange er das schon macht und so weiter und dann hab ich mich informiert und gesagt ah jo komm warum nicht geh ich mal hin zu dem Typen mit 3mmc und Slam genau und dann bin ich Moment aber entschuldige bitte mhm das heißt obwohl du eine Freundin hattest hast du auch was mit Männern noch gehabt ja ab und zu mal da mal da so aber es war für sie kein Problem ja ja darum geht es ja nicht aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen was mit Männern zu haben das ist aber anscheinend das ist okay bei dir es geht so in Richtung Bi-Geschichte das darfst zu kommen war in einem anderen Stream nochmal es hat eine ganz andere es hat eine ähm sag ich mal andere Ursache andere Grund eine andere Ursache genau gut ok gut weiß ich Bescheid weiter 3mmc und Slam mhm genau dann fahr ich zu ihm er holt vom Bahnhof ab wir fahren zu ihm und dann hab ich mir das ganze mal angeschaut was hast du dir angeschaut dann hat er das das 3mmc mhm und dann hat er mir gesagt wie das macht der hat das dann quasi in Kochfasslösung aufgelöst 0,2 war das erste was ich konsumiert habe intravenös 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 mhm und davor hat er mir halt noch das war Skat hat er mir ganz ganz wenig Skat gegeben der hat fast nichts mehr da gehabt aber weil ich das nicht gekannt habe hat es halt stundenlang gehalten also es waren locker 8 Stunden oder so was hat er dir gegeben Skat das ist ein Potenzmittel das spritzt du dir in dein Organ rein dadurch werden die Gefäße erweitert und das Blut kann nicht mehr austreten oh wow sprich egal was du nimmst der harte bleibt das heißt Skat wie das Skat ähm ja das ist ein Wort für wie das Kartenspiel ja genau wie das Kartenspiel ok krass noch nie gehört Wahnsinn ok weiter mhm also Moment du hast dir um es mal zusammenzufassen du hast dir Skat gespritzt ja in dein Organ ja ähm ah Peter schreibt gerade Anthrosgat heißt das äh bei uns also es gibt Anthrosgat 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 hat eine andere Umsetzung glaube ich bei uns heißt es Skat er hat Skat ok gut naja gut wir sind jetzt wirklich Fachleute unter sich super ähm also du hast ey ist mal ohne Scheiß also also es müsste einiges passieren bis ich mir irgendwas in mein Organspritze hast du da keinen Angst oder du weißt was ich meine oder ne warum ne warum es ist ja er hat es verschrieben bekommen so es ist alles original gewesen es war er hat das Gegenmittel auch da gehabt also Adrenalin weil wenn du halt zu viel hast ähm und eine Erektion über 24 Stunden hast es stirbt ein gutes Stück ab und deswegen gibt ein Adrenalin ich müsste da rein spritzen und danach geht die Erektion runter du hast ja gesagt du bist gut bestückt oder ja genau sag doch mal eine Zahl bei einer Erektion was womit können wir da rechnen 21 aufhört ok weiter ok also reingespritzt und dann noch drei mit dem Zeh gezogen geslampt ja genau er hat mir dann in den Arm geslampt mhm und wie es dann drinnen war ich habe nichts gemerkt und fragte ich merke gar nichts mhm und dann hat es klack gemacht mhm das Gefühl war ganz warm es gehört aus dem Bauch ganz warm und es ging ganz also es ging halt so wie quasi wie so eine Flamme du musst dir so wie eine Flamme vorstellen wie im Bauch es einem auseinander geht mhm und dann habe ich auf die Couch gesetzt und dann hat es dann quasi angefangen dann wurde ich halt extrem notgeist so wie ich das noch nicht gekannt habe durch das 3MMC durch das 3MMC mhm und wir haben dann verschiedene Sachen gemacht aber alles im normalen Bereich und ich war halt immer aktiv und er war halt passiv mhm und das hat mir auch so habe ich so noch nicht gekannt und es hat mir halt auch Spaß gemacht so und ja das hat man auch noch ein paar Mal wiederholt ähm wie viel Zeit haben wir noch? ja eine Viertelstunde ok ja und das hat man ja noch so ein paar Mal wiederholt und ich bin halt du bist öfter da hingegangen nicht oft vielleicht 6 Mal in 2 Jahren also warte mal ähm also du beschreibst ja hier eine intensive sexuelle begegnen ja? genau so wo ihr 6 Mal euch getroffen habt und ich meine es ist ja schon Sex der ja sehr intensiv ist ähm entsteht dadurch auch eine emotionale Beziehung oder ist das nur Sex? ähm das ist nur Sex ich kann mit Männern keine Beziehung aufbauen das einzige was ich haben kann ich kann freundlich auch mal Sex haben und mir läuft dann nicht das geht bei mir nicht also das ist nicht möglich das ist überhaupt nicht möglich durch die Autismusgeschichte vielleicht auch ein bisschen nein weil ich halt einfach ähm nicht auf Männer stehe aber es ist zwanghaft bei mir ah oh bei dir das klingt alles sehr interessant bei dir ich merke auch wir kratzen ja gerade nur an der Oberfläche ja nur an der Oberfläche ja da kommt noch eine Menge ich habe richtig Bock drauf das klingt richtig gut mein Lieber okay also also ich nehme jetzt mal mit diese Treffen mit den Männern und diese sexuellen intensiven sexuellen Handlungen sind letztendlich Neurosen es sind Zwänge ja müssen wir später drüber reden ja gut pass auf jetzt bleibst du aber erstmal im Thema Chemsex ähm 3MMC Skat ähm ich meine du musst jetzt nicht eine Viertelstunde voll machen kannst dir auch 10 Minuten das jetzt nochmal schön elegant abrunden ja dazu komme ich jetzt gleich okay und ähm ja also ich hatte mit dem Problem gehabt und für mich war es halt immer so wenn ich halt dann mit Männern dann halt meistens mit Chemsex so ganz einfach also Männersex war immer mit Chemsex verbunden genau und mit Frauen so ganz normal Sex also da habe ich auch nichts genommen mhm und ähm das ging dann so weit dass ich dann mal bei ihm war und dann hieß es wenn du Lust hast ich wurde grad gefragt ein Freund von mir da hat Tina Crystal Crystal Neff ah jetzt kommst du langsam in mein Korridor ja rein okay und dann hat er mich gefragt überleg mal drüber nach äh darf ich darf ich dir was fragen du musst jetzt entscheiden ob du das sagst aus welchem Bundesland kommst denn du hessen hessen okay da ist Crystal natürlich noch echt exotisch ja also der Kontakt der Kontakt ist woanders genau genau weil Crystal in hessen denke ich ist noch nicht so heftig wie hier na gut in Sachsen ist das seit 30 Jahren schon Thema na gut okay weiß ich Bescheid okay Tina kommt mhm dann wurde ich gefragt ob ich da Lust hätte mhm dann habe ich überlegt mhm soll ich soll ich nicht ist es was Neues es wäre schön bestimmt mhm dann habe ich gesagt ja warum nicht mhm sind wir hingegangen und sind zu ihm hingefahren mhm und dann bin ich hergegangen oder dann haben wir was ein bisschen gequatscht und so weiter und dann habe ich mir halt 0,15 mhm und mir ist halt gespritzt okay Moment du hast als Erstkonsum der gleich Crystal gespritzt ne genau beim ersten Mal Crystal habe ich es überhaupt gespritzt alter das muss so ein kompletter Schlag in die Fresse gewesen sein nein ich fand das überhaupt nicht also ich fand das so also ich finde das nicht cool also ich mag Crystal nicht mhm ja warum beim Erstkonsum ich wurde nicht geil du wurdest nicht geil auf Crystal das erste Mal wurde ich nicht geil ja und das war auch so so ein schwammiges Gefühl quasi aber es war ein bisschen komisch und ähm was mich gestört hat war es war so ein Wellenverschieben die Wellen sind gekommen gegangen gekommen und ich war gewohnt es macht einmal bumm und dann geht's wieder runter und gut ist also es war kein konstantes High und Down sondern es war kam und ging ja wie Wellen würde ich sagen sehr dynamisch genau ja genau und dann das zweite Mal dann habe ich genommen 0 1 6 und dann habe ich schon eher was gemerkt von der sexuellen Komponente und ähm der andere Kollege bei dem wir waren der ist hergegangen und der hat stark also der hat sich gut gut dosiert sag ich mal und wenn ich dann vergleiche so 3MMC und ähm halt Tina dann sind das Welten was das angeht vom sexuellen her vom sexuellen her also du würdest sagen 3MMC ist die sexuell stimulierendste Droge ever ich würde sagen das ist Tina sehr hoch dosiert wenn du Tina sehr hoch dosierst ähm ich behaupte sogar so wie er drauf war wäre er draußen rumgelaufen und hätte da irgendjemanden geil gefunden der hätte ihn einfach vergewaltigt also Kontrollverlust kompletter Kontrolle er hatte kompletten Kontrollverlust komplett aber mhm auf Tina oder auf 3MMC Tina auf Tina aber das hat bei dir jetzt nicht so angeschlagen aber bei dem hat das anscheinend total durchgedrückt ja da hat er das Doppelte genommen das Doppelte okay und der wollte nur noch eins nur noch eins und es wäre scheißegal gewesen wenn er grad kommt nein so kann man das jetzt nicht sagen die Fantasien die er gehabt hat die gingen in die durch das Tina in diese pädophile Richtung auch echt aber halt ja aber halt nur durch das Tina weil das Tina hat so geil gemacht was dann egal was ist Alice hätten geil gemacht gut ich muss natürlich auch sagen also ich kenne Crystal zur Genüge und ich kenne auch Sex of Crystal und war auch selber abhängig vom Sex of Crystal aber also für mich war immer das geilste eine Frau zu haben eine gute erwachsene gut gewachsene Frau also an Kinder habe ich da nie gedacht also das kann jetzt nicht am Crystal liegen weißt du was ich meine? ja aber er fängt an Crystal mit 0,35 intravenös ja gut ja ich habe es nie gespritzt muss ich dazu sagen also ein halbes Gramm sich halt fast ein halbes Gramm sich in die Vene zu jagen ist natürlich auch eine Ansage ja da knallst du ja durch ja genau und dann war es halt so wie die ganze Zeit vorbei war er war komplett fertig also komplett fertig auf Abklatsch meinst du? auf Abklatsch der hat einen heftigen Abklatsch gehabt ja mein Kollege der hat ja der hat schon so etwas stärkeren gehabt aber bei mir war eigentlich alles cool also ich hatte eigentlich fast nichts gemerkt von dem Abklatsch und dann war es halt so ich bin dann noch mit zu ihm gegangen und dann haben wir da noch zwei Runden gemacht mit Tina und dann bin ich nach Hause so als ich daheim war ich habe nichts gegessen die ganze Zeit ich habe versucht zu trinken was halt ging aber es ging nicht immer was zu trinken und dann gehe ich halt meine Wohnung gehe in die Küche und wollte was kochen auf einmal wird es mir richtig schlecht richtig schwindelig mir wird es so schwindelig mein Hals wurde so trocken alles wurde trocken die Lippen wurden trocken ich bin quasi übers Waschbecken gefallen habe mir gerade zum Becher genommen und habe getrunken was ging habe mir zwei Steaks gemacht und habe gegessen und habe mich dann mal so geschaut und habe mal so überprüft ich war komplett ausgetrocknet wäre es noch einen halben Tag länger gewesen wäre ich locker vielleicht gestorben durch die Dehydrierung total ausgedörrt durch Tina ja genau und bei mir war es halt so dass sogar mein After der ist normalerweise immer so ein bisschen elastisch der war steinhart komplett ausgetrocknet und ich hätte auch sterben können muss man zu sagen Wahnsinn Wahnsinn also wir haben noch sehr sehr viel zu besprechen mein Lieber das merke ich hier in diesem ersten Stream und ich sitze wirklich also das hat ja muss man sagen ich möchte jetzt Peter nicht zu nahe treten aber hat schon Konkurrenz ich möchte es nicht Konkurrenz nennen es ist auf dem selben Level fast vom Unterhaltungswert und ich merke halt immer wenn wenn ich eigentlich gar nichts sage und ich einfach interessiert einen für nachfrage und dann die Stunde halt vorbei ist ja das ist super also solche Leute wie dich braucht der Kanal das muss ich einfach mal sagen solche Leute wie dich und Peter und natürlich auch die anderen die hier sind aber ich bin selten sprachlos aber bei Peter Streams und jetzt auch so allmählich bei deinem Stream passiert mir das manchmal und das mag ich ja aber es ist halt auch gut ich finde es halt das zu erzählen hilft auch anderen Leuten vielleicht schau mal was kann passieren wenn ich das und das mache oder vielleicht ist es auch keine so gute Idee das zu machen weil im Endeffekt so es gibt auch Leute die sagen egal was ich nehme alles ja komm hauptsache Party ja aber wenn du halt sag ich mal keine Ahnung wenn du schon gut dabei bist und du denkst da liegt Amphetamin und da ist Tina du nimmst Amphetaminlein und also so eine große und das ist Tina dann viel Spaß weil da kann viel passieren also Peter schreibt gerade gern meinen 3er im Stream mit Chemie könnte man wirklich könnte man wirklich also aber das machen wir später ich will jetzt eigentlich deine Story erstmal hören ja will jetzt deine Story mal hören in den nächsten Streams und dann könnte man wirklich mal überlegen ob man da mal eine einen 3er Stream macht also mein Lieber ähm ich würde mal sagen ich würde es heute dabei belassen wollen ja ok ähm ja weil wow würde ja noch die Chance geben das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen abzurunden und vielleicht auch einen kleinen Ausblick mal zu wagen was uns noch erwartet und vielleicht auch mal kurz sagen wie dir die Stunde hier gefallen hat ist jetzt so der Punkt dafür die Zeit ging rum wie 5 Minuten für mich ja das ist immer bei dir und genau und in dem nächsten Stream möchte ich drüber reden ähm über 2 Selbstversuche in der Kindheit ok und eventuell sexuell missbrauchen Kindergarten oh alright ok gut wir sind dabei das machen wir auf jeden Fall also dann ähm möchtest du noch kurz was zur Community sagen ähm eher nicht gut dann mein Lieber würde ich sagen bleibst du noch kurz in der Leitung ja weil ich mach dann ist da noch dran genau ich mach es immer so dass ich erst den Streamband und dann sag ich dir tschüss das hat auch was mit Höflichkeit zu tun ja und also ich richte jetzt kurz meine Worte an die Community meine Lieben Wahnsinns Stream ähm finde ich richtig gut ähm da wird noch mehr 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 kommen und ähm freue mich auf jeden Fall dass ich hier mir heute da war und den Stream lassen wir jetzt erstmal sacken wir sehen uns Donnerstag wieder mit Christian 19 Uhr meine Lieben habt noch einen schönen Abend passt auf euch auf bleibt sauber und passt auf euch auf Peace out Ciao Ciao und ich mit dann auf euch auf